Hallo, 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 schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit dem nächsten Free-Agent-Video, direkt nach dem ersten aus der Reihe, was gestern kam. Gestern haben wir uns die AFC East angeguckt. Hab keine besonders großen Division-Wünsche in den Kommentaren gesehen, deswegen machen wir heute die NFC East. Wenn ihr also einen Wunsch habt fürs nächste Mal, lasst mir gerne in den Kommentaren da. Wir fangen an mit den Dallas Cowboys. Letztes Jahr die Division gewonnen und sehr, sehr gut gespielt. Zwischenzeitlich eins der besten Teams der NFL gewesen. Am Ende dann doch relativ enttäuschend in den Playoffs ausgeschieden. Die Cowboys sind von den vier Teams, die wir in der Division haben, in der NFC East, also von Cowboys, Giants, Commanders, Eagles, die mit dem schlechtesten oder das Team mit dem schlechtesten Capspace für nächstes Jahr. Die sind bei minus 14 Millionen, damit 25. Team in der NFL, also schon deutlich am unteren Ende. Allerdings ist auch hier wieder die Situation relativ erträglich. Erstens, wenn wir uns angucken, was so viel Geld freigemacht werden kann mit Verträgen, die es momentan gibt. Und zweitens dann, wenn wir uns die Free Agents mal ein bisschen angucken. Es ist keine geile Situation und ich glaube, da müssen Teams oder müssen Fans auch immer ein bisschen anfangen, das zu erkennen. Nur weil auf euren Lieblingsseiten und weil ihr auf Twitter und auf Instagram seht, dass es alles gar kein Problem ist und dass es total einfach ist, so viel Geld freizumachen. Es ist trotzdem keine geile Situation. Das ist die Debatte, die ich schon seit Jahren mit Saints-Fans führe. Und ich glaube, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo Saints-Fans mir da nicht wirklich was entgegensetzen können, weil man jetzt einfach wirklich sieht, dass sie am Mh sind. Aber egal, wir reden über die Cowboys jetzt, gucken uns an, wer so drauf ist auf der Liste. Und ihr seht, die ist sehr, sehr kurz. Das ist halt einer der Gründe, aus denen ich sage, dass dieses minus 14 Millionen Fenster, sage ich mal, nicht so schlimm ist. Wir haben Tyron Smith, der drauf ist. Tony Pollard natürlich, Stephon Gilmore. Und dann unten raus noch ein paar Spieler mit durchaus dickeren Namen teilweise. Dante Fowler und so. Neville Gallimore, vielleicht auch noch Talabjadash, wenn man sich da erinnert. Die jetzt aber inzwischen nicht mehr so diese absolut extreme Wichtigkeit haben. Alles an Restricted Free Agents, abgesehen von Rico Dowdle, zweiter von unten Running Back. Der ist ein Restricted Free Agent. So, also, nochmal zusammengefasst. Die Geldsituation ist nicht geil mit minus 14 Millionen, aber ist auch nicht so kritisch, wie zwei der vier Teams, die wir im letzten Video gestern hatten, die bei irgendwie minus 50 Millionen sind oder sowas, wo man sich schon wirklich einen Kopf machen muss. Hier ist es bei minus 14 Millionen definitiv machbar. Da ist also, ähm, ich bleibe dabei, es ist nicht ideal, aber es ist trotzdem eine Situation, aus der man rauskommt. Mit ein paar Vertragsrestrukturierungen, mit vielleicht dem einen oder anderen Cut von einem Spieler, der jetzt ein bisschen mehr Geld kriegen würde, der es vielleicht nicht mehr wert ist. und auch einfach damit, dass man in der Free Agency ein bisschen die Füße stillhält. Vielleicht ein paar Leute oder die wichtigen Leute aus den eigenen Reihen verlängert, worum es ja in diesem Video geht, und dann eventuell nicht so wirklich aktiv ist, was zumindest den Starter-Markt der restlichen Free Agency angeht, und dann versucht im Draft nochmal Impact-Spieler zu holen, damit man in dem definitiv Win-Now-Fenster bleiben kann. Die Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, die meiner Meinung nach verlangert werden sollten, der erste ist schon ein kleines bisschen schwer, das ist Tyrone Smith. Ihr habt es vielleicht auf der Liste gerade gesehen, der ist 33 schon, hat ein paar Verletzungsprobleme gehabt über die letzten Jahre, aber ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr starker Spieler. Der nächste, wo ich sage, verlängern, ist Tyler Bjaric, Starting Center, so relativ logisch. Plus, damit kannst du deine geniale rechte Seite am Leben erhalten, wo du Tyler Bjaric hast, dann Tyler Smith und dann daneben Tyrone Smith. Das heißt, die überschneiden sich immer mit einem Namen und geben sich den 1 weiter und, ja, was auch immer. Aber ich glaube, die beiden sollte man auf jeden Fall behalten und ich glaube, das ist geldmäßig auch auf jeden Fall drin. Danach kommen zwei Spieler, wo ich mir mehr oder weniger unsicher bin. Der erste ist Tony Pollard und das ist, wie bei fast allen Running Backs zur Zeit, wirklich eine Geldfrage. Ich glaube, er sah sehr gut aus bei den Cowboys und ist vielleicht auch ein bisschen overlooked, was so diese Top-Running Backs angeht in der Liga. Aber hat das auch viel mit der Line zu tun? Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass es da nicht es wert wäre, ihn zu einem dicken Vertrag zu verlängern. Ich glaube, so wie der Running Back-Mark zur Zeit aussieht, wird er auch nicht oder werden seine Agenten nicht auf die Idee kommen können, einen dicken Vertrag zu verlangen. Aber falls sie es doch machen, dann muss man, glaube ich, Ciao zu Tony Pollard sagen und dann mit einem Rico Dowdle und einem vermutlich Draft-Pick oder irgendeinem günstigeren Free-Agent in die Saison gehen, was es auf jeden Fall wert sein kann. Der letzte, wo ich gesagt habe, ja, resignen wäre cool, ist Stefan Gilmour. Der ist jetzt auch schon eher am Ende seiner Karriere, sage ich mal. Der ist auch schon 33 und für einen Corner ist es tendenziell vermutlich eher nochmal, ja, geht das Leistungslevel schneller nach unten irgendwann in den 30ern als bei Offensive Linemen. Aber Stefan Gilmour hat letztes Jahr auf jeden Fall gezeigt, dass er noch ein sehr, sehr starker Starting-Outside-Corner sein kann. Deswegen ist es da jetzt nur, weil eventuell die Zahl eins höher gegangen ist, ein bisschen schwer zu sagen, ah, nächstes Jahr wird er bestimmt viel schlechter. Es ist halt, wie gesagt, es ist ein gewagtes Statement ohne irgendwie Anhaltsgründe, abgesehen davon, dass er jetzt halt 34 statt 33 ist, oder 33 statt 32, weiß nicht genau, wie alt er zum Start der Saison sein wird. Plus, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Cowboys eventuell mindestens einen Corner draften. Ich weiß nicht, ob wirklich früh im Draft, aber irgendwann über den Draft auf jeden Fall. Und generell hast du da ansonsten ja auch immer noch junge, junge Dudes. Ich würde auch immer noch sagen, dass Diggs noch nicht der Veteran ist, selbst wenn er schon ein paar Jahre spielt und auf jeden Fall auch noch was von Stefan Gilmour lernen kann. Daron Bland kann definitiv noch was von Stefan Gilmour lernen. Dann eventuell ein neuer Pick und so weiter. Deswegen denke ich, der sollte auch behalten werden. Also die vier, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Tyron Smith, Tyler Bjaric, Tony Pollard und Stefan Gilmour. Und ich glaube, selbst mit diesem Startpunkt von minus 14 Millionen ist das sehr realistisch machbar. Weiter geht's mit den New York Giants. Sehr, sehr merkwürdige zwei Jahre gehabt. Vorletztes Jahr waren sie überraschend erfolgreich. Letztes Jahr alles eingestürzt, was natürlich auch ein kleines bisschen mit der Daniel-Jones-Situation zu tun hatte. Die sind in einer besseren Cap-Situation, die haben den 15 meisten Cap-Space für nächstes Jahr, sind bei 26 Millionen. Und das ist, es ist halt irgendwo in der Mitte. 15 logischerweise, bei 16 Teams sind 16 und 17 genau die Mitte. Also es ist ein guter Cap-Space, es ist eine gute Situation, aber jetzt keine extrem gute. Wir kommen heute auch noch auf eine extrem gute zu sprechen, das ist gleich das nächste. Die Giants haben eine bisschen umfangreichere Free-Agent-Liste. Und wenn wir uns die angucken, hier sind ein paar Restricted-Free-Agents dabei. Das ist unten einmal Wyatt Davis. Der Guard ist ein Restricted-Free-Agent. Nick McLeod ist ein Restricted-Free-Agent. Und dann haben wir ganz unten noch zwei, oder fast ganz unten, zwei Exclusive-Right-Free-Agents. Das sind einmal Benton Whitley und dann Darian Beavis. Ansonsten alle Unrestricted-Free-Agents. Wir sehen einen Dory Jackson drauf, natürlich einen Saquon Barkley, wo es wieder eine Debatte geben wird. Isaiah Simmons ist noch ein dicker Name, Paris Campbell, Xavier McKinney. Also da sind schon ein paar dabei, wo man den Namen auf jeden Fall kennt. Und wo die Giants sich überlegen müssen, okay, dicker Vertrag, kein dicker Vertrag, überhaupt ein Vertrag, was auch immer. Die Cap-Situation ist in Ordnung, aber trotzdem jetzt nicht so, dass man extrem viel Geld aus dem Fenster rauswerfen kann. Plus bei den Giants hängt halt auch extrem viel davon ab, wo sie sich einschätzen. Wie viel Feuer unterm Arsch GM und Headcoach kriegen. Was auch immer eine Sache ist, wo man drüber nachdenken muss, die eigentlich aus Fansicht nicht so wirklich Sinn ergibt. Aber angenommen, wir haben jetzt da eine Situation, wo GM und Headcoach Druck kriegen von Ownership und sagen, ey, ihr müsst dieses Jahr in die Playoffs, ihr müsst dieses Jahr ein Playoffs-Spiel gewinnen oder so. Dann bist du natürlich geneigt als Headcoach, deutlich mehr Geld diese Free Agency auszugeben und rauszuwerfen beinahe schon. Weil die Alternative, wenn du vorsichtig ein Team aufbaust und versuchst, das quasi gut zu stapeln und dich nicht nächstes, übernächstes Jahr in Cap-Schwierigkeiten zu bringen, eventuell reicht es dann dieses Jahr noch nicht. Und nächstes Jahr wäre man krass gewesen, aber man hat eine ungeduldige Ownership und wird nach dem Jahr rausgeschmissen. Das würde nicht so viel Sinn ergeben, deswegen kann es sein, dass da dann mehr Geld investiert wird, einfach weil es mehr Sinn gibt und mehr oder weniger den Job retten soll für GM und Headcoach oder einen von beiden. Können wir alles nicht einschätzen. Quarterback-Situation können wir auch noch nicht einschätzen. Erstaunlich wenig aus New York von den Giants gehört zu der Sache. Aber ich habe mir ein paar Spiele angeguckt und gesagt, Dory Jackson, selbst wenn er hier ganz oben steht mit dem höchsten Elvie, ich glaube nicht, dass er einen extrem dicken Vertrag kriegen wird, wäre er auch nicht wert. Also wenn er irgendwo ein dickes Angebot kriegt, meiner Meinung nach wäre er es nicht wert, würde ich ihn gehen lassen, aber für irgendein moderates Cornerback-Gehalt auf jeden Fall behalten. Auch da, wir haben junge Cornerbacks, Dory Jackson hat schon sehr, sehr viel durch in seiner College- und NFL-Karriere. Das heißt, der ist da gut als Mentor zur Stelle. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass eventuell noch der ein oder andere Draftpick dazu kommt. Nächster, den ich mir aufgeschrieben habe, aber mit drei Fragezeichen, das ist Saquon Barkley. Okay, ich glaube an sich wäre es gut, ihn zu behalten. Ist eine Identifikationsfigur für die Giants, ist gefühlt der Giant zur Zeit, weil ansonsten noch ein kleines bisschen schwer wird, da Identifikationsfiguren zu finden. Und er ist auch immer noch verdammt gut. Hat jetzt die letzten paar Jahre mit einer nicht so krassen Line gespielt und das merkt man. Bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Und ich glaube, das könnte den Vertrag ein kleines bisschen runterdrücken. Gerade auch dadurch, dass jetzt ein Derrick Henry zum Beispiel auf dem Markt ist. Also ich habe nach wie vor nicht das Gefühl, dass viele Teams irgendwie Running Backs suchen. Aber es sind trotzdem immer wieder welche drin, was nicht gut ist für die Running Backs. Wenn Saquon Barkley jetzt auf den Markt geht, glaube ich nicht, dass er einen richtig dicken Vertrag kriegt. Aber wenn er sich quasi zum Fokus setzt, er will dahin, wo er das meiste Geld angeboten kriegt, was fair wäre, wenn das eine Entscheidung ist, dann würde ich da als Giants sagen, okay, sorry, wir sind raus, wir kümmern uns auch an anderen Stellen um Running Backs für nächstes Jahr. Aber da wollen wir nicht mitbieten. Wenn Saquon Barkley sagt, ey, ich will schon mein Geld verdienen, aber ich würde gerne in New York bleiben bei den Giants, ich würde gerne in Giants bleiben, dann resign meiner Meinung nach. Isaiah Simmons, ich glaube auch da, der wird keinen extrem dicken Vertrag kriegen. Und es ist irgendwie noch zu rechtfertigen, den noch zu behalten. Einfach, weil die physischen Tools nach wie vor sehr, sehr da sind. Und vielleicht kommt da irgendwann mal der Breakthrough. Ich bin Xavier McKinney-Fan, deswegen glaube ich, der sollte auf jeden Fall bleiben. Und dann noch zwei O-Liner in Ben Braddison und Shane Lemieux. Ich glaube, die kriegen beide keinen extrem dicken Vertrag. Braddison hat ja letztes Jahr auch mehr oder weniger gestartet. Und Lemieux war verletzt relativ lange. Deswegen mal gucken, wann der wiederkommt. Aber ich glaube, wenn du die beiden behalten kannst und vielleicht auch nur der eine von beiden einen Schritt nach vorne macht, hast du da einen ganz guten Starter am Start. Und abgesehen davon, dass vielleicht sogar beide starten. Und selbst wenn nicht, wenn nur einer irgendwie den Step macht, dann hast du mit dem anderen immer noch einen guten Backup-Spieler, gut für Depth. Und das lässt die Cap-Situation, glaube ich, zu, da ein bisschen Risiko zu gehen und beide zu resignen. Also das wären die Spieler, wo ich sage, resignen wäre smart. Dory Jackson, Saquon Barkley unter Umständen, Isaiah Simmons, Xavier McKinney, Ben Braddison und Shane Lemieux. Nächstes Team sind die Washington Commanders. Und da sind wir bei der eben erwähnten sehr idealen Cap-Situation angekommen. Denn die haben den meisten Cap-Space. Die haben 84 Millionen frei für nächstes Jahr prognostiziert, laut Spotrack. Und damit kannst du natürlich extrem viel machen. Das ist eine ähnliche Situation, in der die Bears letztes Jahr waren. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwer, es dann allen recht zu machen, beziehungsweise kannst du sowieso nie allen recht machen. Aber ich war ja auch ein relativ großer Kritiker oder von mehreren der Neuzugänge der Bears letztes Jahr, weil es wirklich so wirkte, wir haben Geld, wir wollen Geld einsetzen, wir holen uns die Hype-Spieler. Und ich weiß nach wie vor nicht, ob es so smart war, was sie gemacht haben. Deswegen, manchmal ist es natürlich gut, und das ist Meckern auf hohem Niveau, wenn man da jetzt sagt, ah, es ist schon schwer, wenn man so viel Geld hat. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht in so eine Falle tappt und einfach für die Top-3-Spieler in so einen Bieterkrieg geht und dann denkt, oh, wir haben jetzt die Top-3-Spieler von der Free Agency. Jetzt wird es auf einmal gut. Erster Schritt, bevor man überhaupt irgendwen bietet, ist natürlich zu gucken, wen behalten wir aus den eigenen Reihen. Und da habe ich auch wieder logischerweise die Free Agent-Liste vorbereitet. Wir sehen Curtis Samuel ganz oben, Kenneth Fuller, Jacoby Brissett, Cody Barton, bla bla bla, Efe Obada, David Obada natürlich, Obada und Obada, witzig. Und beides Europäer, obwohl, Efe Obada ist, na, was auch immer. Kelly Carzen, Tyler Larsen, David Mayo, Antonio Gibson natürlich auch, Jameson Crowder. Also wir haben mehrere unterm Radar-Spieler hier, sage ich mal, drauf. Das Gute in der Cap-Situation ist halt wirklich, da musst du dir nicht großartig den Kopf drüber machen, wo können wir uns das leisten, den zu holen. Plus, bei den Commanders sieht es jetzt inzwischen auch nicht mehr so aus, als dass man sich über die nächsten Jahre so extrem Gedanken machen muss, von wegen, oh, nächstes Jahr muss der und der und der verlängert werden und das Jahr da drauf der und der schon und so weiter. Deswegen, ich sage mal so, wenn die wen behalten wollen aus den eigenen Reihen, dann behalten die den auch. Also die müssen niemanden gehen lassen aus Geldgründen, was schon mal eine sehr gute Ausgangslage ist und für mich natürlich das Ganze auch einfacher macht, weil ich mir wirklich einfach nur die Liste angucke und sage, okay, wen davon würde ich am ehesten behalten wollen. Ich habe extrem lange hin und her überlegt bei Kendall Fuller. Ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich es tatsächlich davon abhängig machen, ob Kendall Fuller Bock drauf hat, weil da manchmal so widersprüchliche Storys rauskommen. Wenn er Bock hat, behalten auf jeden Fall. Es ist nach wie vor ein guter Corner und ist halt noch nicht mal 30. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, die Fuller sind beide schon seit tausend Jahren in der Liga. Der erste, den ich mir wirklich sicher aufgeschrieben habe, ist Jacoby Brissett. Es kann sein, dass er auf Ideen kommt, irgendwo nochmal einen Starting Spot kriegen zu wollen. Gehe ich nicht von aus. Weil so wirkt er einfach nicht. Der wirkt sehr smart und als wäre er mit dieser edel Backup-Quarterback-Rolle quasi zufrieden. Und der ist halt wirklich eventuell der Top-Backup-Quarterback in der NFL zur Zeit. So, er, Gardner Minshew, warum fällt mir der Name nicht ein? Ich habe sein Gesicht vor Augen. Ravens. Ah, damn it. Auf jeden Fall, wir haben ein paar, die sehr, sehr, sehr gute Backup-Quarterbacks sind und da gehört er auf jeden Fall dazu. Und das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass die Commanders einen Quarterback draften, eine ideale Situation, weil Jacoby Brissett dann da quasi auch noch als Mentor dabei sein kann. Nächster Spieler, ich habe mir Cody Barton aufgeschrieben als Linebacker, hat letztes Jahr ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, hat einen besseren Job gemacht, als ich gedacht hätte. Kelly Katzen würde ich auch auf jeden Fall behalten. Ob man die Position dann upgradet von egal welchem von beiden und nächstes Jahr einen anderen Starter hat, ist die nächste Frage, aber ich würde beide auf jeden Fall gerne im Team behalten. Gleiches gilt für Sadiq Charles in der O-Line und auf Safety würde ich Cameron Curl auf jeden Fall gerne behalten, wenn ich Commanders wäre und da irgendwas zu sagen hätte. Also, das wären die Spieler Kendall Fuller, je nachdem, wie er irgendwie das Ganze sieht, ob er weg will oder nicht. Dann ansonsten Jacoby Brissett, Cody Barton, Kelly Katzen, Sadiq Charles, und Cameron Curl und wie gesagt, ich glaube, wenn du willst, kannst du die alle sehr problemfrei behalten, kannst dann zusätzlich noch irgendein Splash-Signing machen von irgendwem in der Free Agency. Also, das läuft eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut. Wir haben letztes Mal über Connor Williams geredet, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Commanders an dem ziemlich interessiert sind, falls er Free Agency hittet. Letztes Team für heute sind die Philadelphia Eagles, auch da eine relativ normale Cap-Situation, sage ich mal. die haben den 19. meisten Cap für nächstes Jahr, also auch noch ziemlich in der Mitte irgendwo und sind bei 21 Millionen in freiem Cap-Space. Das fand ich übrigens witzig, weil 15, 19 und 25, also Giants, Eagles, Cowboys sind ja relativ nah zusammen, sage ich mal. Aber von Eagles, 19. meisten Cap-Space, zu Cowboys, 25. meisten Cap-Space, ist die Lücke dann halt auf einmal von 21 Millionen plus auf 14 Millionen minus. nur in diesen 6, 7 Spots da, das finde ich ganz witzig, aber ja, Eagles auf jeden Fall 21 Millionen zur Verfügung, also gilt ähnlich, das was ich bei den Giants vorhin gesagt habe, ist nicht die perfekteste Situation von den Commanders, du kannst Geld rausschmeißen und bla, aber du hast auf jeden Fall Geld zur Verfügung, um das Team mehr oder weniger beisammen zu halten. Eagles haben noch ein bisschen anderes Problem, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wir gucken uns hier erstmal die Liste an und wir sehen natürlich ein paar dicke Namen drauf und ich sag mal, die obersten 3 sind halt die allergrößten Fragezeichen, das ist dann sogar nochmal ein anderes Problem für die Eagles und zwar, gerade bei den ersten beiden weiß man noch nicht, wollen die weitermachen Entschuldigung oder nicht. Wir haben Jason Kelsey, der eventuell retired, der 36 und wir haben Fletcher Cox, der eventuell retired, der ist 33. Beide schon seit 1000 Jahren da, absolute, auch jetzt wieder Identifikationsfiguren und Fanlieblinge der Eagles komplett zu Recht auch, so, du hast mit einen der besten Interior O-Liner, du hast mit einen der besten Interior D-Liner und es könnte sein, dass die beide einfach sagen, so, okay, nach der Enttäuschung vom letzten Jahr von wegen Super Bowl verlieren und jetzt nach der anderen Enttäuschung dieses Jahr Playoffs direkt raus, wird das erstmal nichts. Nächster Punkt ist Brandon Graham da oben, Entschuldigung, der ist auch fast 36, der meinte zum Beispiel schon, er will bleiben, aber das ist für mich immer noch ein bisschen ein Fragezeichen. Ansonsten, wir sehen die Andre Swift, der letztes Jahr gekommen ist von den Lions und eigentlich sind hier alles unrestricted Free Agents außer Jack Storgans unten, der ist ein Restricted Free Agent, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja auch relativ egal. Ich habe mir hier ein paar Leute aufgeschrieben, aber nur drei. Ich habe nur drei Leute aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, die würde ich sehr, sehr gerne behalten wollen. abgesehen davon gibt es halt noch ein paar, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwo anders ein Angebot herkriegen und da würde ich nicht in den Bieterkrieg mit einsteigen wollen an Stellen der Eagles. Das ist auch ein kleines bisschen Luxusproblem, weil die halt noch mehrere junge Spieler in der zweiten Reihe haben zum Beispiel, die dann vorkommen können. Also, wen ich mir zum Beispiel nicht aufgeschrieben habe, ist Zach Cunningham. Zach Cunningham habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, kann gut sein, dass er von irgendwo ein Angebot kriegt und du hast halt theoretisch einen Nolan Smith irgendwo dahinter. Gleichzeitig ist halt auch da jetzt noch die Frage, was ist mit Hasson Reddick, warum wollen sie den loswerden, nachdem er jetzt meinte, er will eigentlich gar nicht gehen und so weiter. Also, alles ein bisschen merkwürdig. Und dann ist die nächste Frage noch oder das nächste Problem, dass bei den Eagles du bei dem Capspace ein kleines bisschen im Auge behalten musst, das was ich eben als positives Argument für die Commanders genannt habe, von wegen, die haben die nächsten Jahre nicht so viele Verträge, die auslaufen. Die Eagles müssen über die nächsten Jahre viele Verträge irgendwie erneuern, verlängern von schon Star-Level-Spielern oder welchen, die zumindest sehr hoch gedraftet wurden. Und deswegen kann man jetzt nicht dieses Jahr die kompletten 26 Millionen quasi ausgeben und bla und für die nächsten Jahre schon komplett verhunzen, weil du dann die nächsten Jahre Geld brauchst, auf jeden Fall, um Verträge zu verlängern. So, jetzt aber zu den Spielern, die ich mir aufgeschrieben habe, ich bin ehrlich, Brandon Graham zum Beispiel ist eine Eagles-Legende und der will da bleiben, den würde ich glaube ich nicht verlängern. Wäre vermutlich ein unbeliebter Move bei den Fans oder ein Move, der mich unbeliebt machen würde bei den Fans, aber ich glaube, das ist es geldmäßig einfach nicht wert, gerade auch mit den anderen Spielern, die wir auf der Position haben, die wir entwickeln müssen mit seinem Alter und so sehe ich nicht ein. Ich würde DeAndre Swift auf jeden Fall behalten, ich glaube auch nicht, dass der einen extrem teuren Vertrag kriegt und der passt gut rein. zum Ende der Saison auf jeden Fall zu wenig benutzt worden und ich glaube, da muss man sich auch umgucken, dass er noch einen zweiten hat, einfach von der Fitness-Sache, also nicht Fitness im Sinne von er ist nicht gut trainiert, sondern von der teilweise Verletzungsanfälligkeit, die er hat, nur so kleinere Sachen, nichts wirklich Dickes, aber dass man ihm nicht einfach die ganze Saison schon durchballert, weil er dann vielleicht hinten raus ein bisschen nachlässt, sondern dass du da noch wen anders hast. Da könnte man tatsächlich sogar drüber nachdenken, Richard Penny noch zu verlängern, habe ich nicht aufgeschrieben, aber was auch immer, oder ansonsten im Draft jemanden holen. Wer da gut reinpassen würde, ist ein Frank Gore Jr., meiner Meinung nach. Das ist der Erste, den ich mir aufgeschrieben habe. Shaquille Lennart habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist natürlich komplett abhängig von der medizinischen Einschätzung der Teamärzte, aber wenn die sagen, ja geht klar, würde ich den auf jeden Fall behalten und dann Tight End Albert Okubunum, das ist auch eine Art definitiv unterm Radar, aber ich glaube, der passt gut rein in das, was die Eagles machen wollen und ich glaube, der könnte ein bisschen eine größere Rolle kriegen nächstes Jahr, wenn die Offense vielleicht ein kleines bisschen besser aussieht, als sie dieses Jahr zum Ende hinaus sah. Also das sind die drei Spieler, das sind jetzt nicht die Biggest Names, also obwohl, ja, Shaquille Lennart ist vermutlich immer noch ein Big Name und die Andre Swift irgendwo auch, aber Albert Okubunum nicht mehr wirklich, aber ich glaube, die drei sollte man behalten und dann natürlich an der einen oder anderen Stelle noch jemanden, aber ich würde wirklich verhältnismäßig viele Leute gehen lassen, ich würde auf jeden Fall Mariotta gehen lassen, ich würde Brandon Graham gehen lassen, ich würde Zach Cunningham gehen lassen, ich würde Nicholas Morrow würde ich gehen lassen, und das sind alles so Spieler, wo man eigentlich sagt, die sind eventuell Leistungsträger, ich glaube, die Eagles können es auffangen und ich glaube, es wäre Cap Space gesundheitstechnisch besser, die gehen zu lassen. Große Frage wäre wirklich Jason Kersley, Fletcher, Cox, wenn die bleiben, ich schätze beide momentan nicht so ein, dass die sagen, okay, wenn ich bleibe, dann will ich nochmal extrem viel Geld haben, sondern wenn die bleiben, dann bleiben die, um noch ein Jahr länger Football zu spielen, um noch ein Jahr länger ein Eagle zu sein und um nächstes Jahr eventuell nochmal direkt angreifen zu können Richtung Super Bowl, also ich glaube nicht tatsächlich, dass es geldmäßig irgendwie groß belasten würde das Team, deswegen, wenn die bleiben wollen, würde ich die natürlich auf jeden Fall behalten beide. Gut, das war es mit dem Video, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ja, lasst ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen will in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder, bis dann, ciao!